Du kannst doch aus Slendermit Müthros kriegen. Nein, nichts mit Müthros, dann krieg ich Angst. Ja, das erklärt es dir. Das kann man daheim machen, oder? Das ist Slendermit. Ich schlück hier zum trinken, ist ja ein bisschen Rotstich. Also ich halte so rücken. Jetzt mal, du guckst zu. Du kannst doch starten, oder? Die Daten starten. Nein, das musst du ja nicht. Das wird Maustaste. Wo bin ich denn jetzt? Warum bin ich denn da im Zaun? Ja, du startest dich immer mal irgendwo anders. So ein bisschen Rot machen. Wann werden wir denn auch laufen? Nein. Die Flecken auf der Kamera sind so gruselig. Wenn du uns so lange anguckst, ist es so aus, oder wie? Ja, ich glaube der spawnt dann einfach so. Guck hin! Das wird ein Fixer. Hallo und herzlich willkommen zu Slender. Gezocktetes Spiel von Kira. Gieß mal halt, wo das nicht gießt wird. Ja, das kommt ja später. Ich denke auch, um dich mehr zu schicken, ne? Nee, ich glaube einfach in einer gewissen Nähe. Wie war das? Man drückt nicht Escape. Okay. Ja. Man muss also versuchen zu entkommen. Was? Ich darf hier die Escape drücken? Ja. Aha. Das war gut. Schatz bitte hör auf. Das hat mir nicht in ihre Richtung. Das wird fatal. Leute, bitte verarscht mich jetzt nicht. Du hast gerade reagiert wie eine von Teens Reakt. Das Video kann ich euch nachher noch zeigen. Nein. Die spielt das auch. Und jetzt spielt das und auf einmal guckt sie so nach hinten. Und sagt so mein Gott, ich dachte da habe jemand hinter mir. Die scheiß Krill. Der wird nie so scary. So very scary. Das Problem mit Slender in dem Spiel ist, weil der kann überall spawnen. Kein was? Der kann überall auftauchen. Spawn. Schau rein. Ja, das ist ohne das Haus. Das lässt schon aber auch da in der Nähe. schau nicht. Archi. Elf kann nicht so lange stehen. Klar, so. Der Tier hat die mal schreit von uns. Ich bin doch eigentlich bewusst. Kann auch ums Haus rumlaufen. Nee nee. Das ist so n Anwalt. Der kann doch das Brinhaus nicht so klein sein. Das heißt, wenn du da auf einmal stehst. Klar, das ist schon blöd, aber... Dann schreit sie wahrscheinlich los, Alter. Original-Wikinger-Maid. Die Schritte verwirren mich jedes Mal so. Ja, was glaub ich für uns die gibt? Stimmt, steht da gleich da. Oh Gott, oh Gott, Mami. So, dann nach. Ach, stimmt. Erstmal nicht. Du merkst, es ist ja erst relativ spät eigentlich, dass der da steht. Achso, was heißt spät? Ich find's so komisch, wenn du ins Haus reingehst und... Ja, auch reingeh. Das Ding da oben, das erschreckt mich jedes Mal. Ja. Weil ich dauernd denk, da ist jemand. Sauber. Hören sich denn seine Schritte im Haus auch so an? Ja, den wirst du gar nicht. Toll! Wobei eigentlich finde ich es schlimmer, wenn ich so hören würde. Ja, wobei, denn dann kannst du ja ahnen, wann er kommt. Das ist doch fucking gruselig. Ja. Trotz des Lichts. Trotz des Lichts. Ja. Ja. Ich find's jetzt gar nicht mehr so schlimm durch das Licht. Wenn du es zackst. Nein, weil wenn du es zackst, wie Kira gerade sagt, ist das trotzdem anders. Die gehen immer ins Haus. Ich versteh's auch nicht. Ich will die Seiten. Die sind noch nicht im Haus. Ach so. Das ist dasselbe Haus jetzt. Oh Gott. Jetzt mal. Das ist doch gespawnt. Warum ist jetzt da keine? Ich will auch mal eine einsammeln. Das heißt, dass ich in die Nähe komme. Oder in die Nähe komme. Oder in die Nähe komme. Oder jetzt gespawnt dich. Was heißt nochmal gespawnt? Aufgesaugt dich. Irgendwo auf der Map und dich jetzt sucht. Oder anfängt dich zu suchen. Ja, das konnte ich mir vorstellen. Ja, dann muss ich jetzt aber wieder eine Trax-Waldlinie nennen. Ich kann nicht, es geht zurück. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich kann nicht, es geht zurück. Lauf. Ich kann nicht. Bist du schaust? Oh mein Gott. 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 Hast du gerade Escape gedrückt oder kam das einfach so? Ich habe mir Escape gedrückt. Nein, das kam erst so und dann habe ich Escape gedrückt. Ja, ich bin bestimmt hinter dir. Ja, was? Guck nicht nach hinten. Nein, tu ich auch nicht. Lass mal holen. Hä? Hä? Wollen wir jetzt eigentlich jetzt hier halten? Oh Gott. Ein kurzes Escape? Okay. Warum gehe ich jetzt wieder? Ja, weil er jetzt wieder weg ist. Spiel weiter. Nein. Doch. Kira hat die Angst. Wir wollen mir die Angst aus. Hey, wie du es erschickt soll. Auf einmal. Ja, und du sagst, voll die Pussis. Ich weiß nicht mehr, ob ich das am heiligen Tag spielen könnte. Nicht mal dann. Ich will nicht weiterspielen. Ich muss gerade trinken. Alter, das macht so Angst. Wie gut. Sarah hat es auch gespielt, gell? Und? Was war da? Da ist er. Ich kann nicht weiterspielen. Ich kann nicht weiterspielen. Ich kann nicht weiterspielen. Direkt vor mir. Das sind vielleicht zwei Meter. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich wusste es. Ich wusste es. Oh Gott. Ich wusste es. Oh Gott. Ich wusste es. Chillt Leute. Wohl zu hellisch. Einfach mal stehen. Nein. Hast du Hunger? Schatz. Oder Alex. Ich höre mich schon schreien. Es ist mein Abbad. Ich mach nur meine Füße weg, falls ich nach hinten rutsche. Nein. Herr Hoff. Schau nicht weg. Du darfst es nicht wieder verpassen. Oder Witz. Warum geben wir uns? Und ich geh wieder dahin, wo er gerade war, ok? Oh Gott. Oh, eine Seite. Oh Gott. Ich glaube das fängt an, wenn du die erste Seite hast. Nein. Ich bohren hatte ich keine. Ja. Ich glaube das ist, wenn er in der Nähe ist. Ich glaube das ist recht, Philipp. Oder wenn er anfängt dich zu suchen. Ich glaube, wenn er einfach in der Nähe ist. Das ist das selbe. Alter, ob er jetzt anfängt dich zu suchen oder in der Nähe ist, ist das selbe. Nein. Ja doch. Ja doch. Wenn er anfängt mich zu suchen, kann er noch irgendwo am Arsch der Welt sein. Ja. Ja. Aber der spawnt ja irgendwo doch. Weißt du? Wie Sarah hat es da vorher gesagt, auf dem Weg bleiben. Was bringt das? Ich habe gesagt, dass viele das geschrieben haben. Immer auf dem Weg bleiben. Warum geben wir uns so einen Scheiß ohne Witz? Ich weiß auch nicht. Was hochkannend dein Handy? Fuck you! Ja, das ist schon so, das ist cool. Leute, konzentriert euch. Hör mal bitte auf. Was denn? Mit eurem Schattenspielchen. Schattenspielchen? Guck mal, das Ding da oben an der Decke sieht aus wie so ein Vieh von Minecraft. Geht schon Minecraft? Das ist halt auch die Scheiße bei dem Spiel. Du weißt einfach nicht, wann er kommt. Mal kann das Spiel eine Dreiviertelstunde gehen oder so und der kommt einfach gar nicht. Und wie du vorher gesehen hast, Alter, nach fünf Minuten. Das kann sein. Kann sein, dass du im Reis gelaufen bist. Nein, das war nur ein Dreck auf meinem Bildschirm. Das war nur ein Dreck. Konzentriert euch! Hä? Was ist denn dabei? Oh nein, der Tunnel! Oh nein! Oh nein! Oh Mami! Oh Gott! Bleib nicht stehen! Lauf! Da scheine, da scheine! Wo? Links! Aber ich würde mich jetzt nicht umdrehen. Schnell und schmerzlos! Das letzte Mal war er hinter PewDiePie. Genau an der Stelle. Du nimmst das extra nochmal auf. Ja. Ja. Ich muss euch gleich kommt er. Ich finde das Spiel grau sein. Ich auch, aber gleich kommt er. Sag nicht gleich kommt er, weil dann kommt er. Ich seh irgendwie nix. Ja? Oh Gott! Ja, die drücke ich. Ja, aber das hat geflackert! Ich muss doch irgendwo anders hin! Philipp! Scheiße, du bist echt der größte Schüssel voll an! Don't look away, bitch! Ich hab doch gesagt, gleich kommt er. Oh Gott, das Haus! Geh nicht rein! Nein, ich geh nicht rein. Mein Herzklopf schon gehüllt. Aber da sind Seiten denn im Haus. Ja, ist mir egal. Ich finde eh nicht alle. Wir haben genauso viel wie beim ersten Mal spielen. Wir haben genauso viel wie beim ersten Mal spielen. Philipp! Du bist der Sonne für Barrow. Das Handy irritiert mich, glaub ich irgendwie. Ich seh irgendwie nicht so viel. Ist doch gut. Ja, mach's weg und dann schon weiter. Halt's mal auf. Der weiß das für Handy nicht dran. Das Spiel hört uns. Was? Nix! Ja, ich find's grad echt grausam. Ja, weil er einfach nicht kommt. Und du spielst ja nichts. Für der Schatz. Ey, weißt du, das Problem ist, dadurch, dass der jetzt nicht kommt, alter, steigert es dein Angstgefühl so übel. Und du läufst einfach ums Haus im Kreis. Ja, ich hab's grad auch gesagt, aber ich will nicht in den Wald. Du willst nicht in den Haus, du willst nicht in den Wald. Ja, ich hab in den Haus gesagt. Du willst nicht ins Haus, nicht in den Wald. Ich kann nicht nur hingucken. Hör auf. Ich seh aber, ich seh nix. Ja, das ist schon mit Absicht so. So. Gleich beiseite. Wo? Oh, ne doch. Schatz, guckst du etwa weg? Ja, weil... Du bist grausam. Ja. Aber du willst spielen. Ich weinst. Du wolltest freiwillig spielen. Nein, nachher spiel ich's nicht mehr. Wie nachher? Nachdem. Es ist vorbei der Schiene. Ich spiel's bei Philipp. Guck mal, nimm's auch mal. Scheiße, ich fühl's gerade irgendwie schlimmer als vorher. Ja, weil er jetzt wieder so ewig nicht kommt. Ja, weil ich ihn dann zum ersten Mal gesehen habe und davor noch nicht. I can't see anything. Nobody knows their trouble lives. Nobody knows my soul. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Der ist irgendwo. Wurscht noch. Der blöde Huch ist da. Der Hibbert eigentlich so ein Dreckkind. Das war ohne Witz. Lauf nach hinten zu gucken. Das ist nicht mehr. Ich komme nicht nach hinten. Ich meine Philipp. Ach so. Der blöde Lumpus. Son of a Barrel. Aber was war was von? Aber ihr wisst ja jetzt warum PewDiePie Barrels sind. Nein, ich weiß es nicht. Klar, wir haben es gleich schon angeguckt. Ich weiß es aber nicht. Das ist der Folge. Nein, das war doch das, wo das Monster vor den Fässern stand. Und dann sagt er doch, He's talking to the Barrels. I knew it! You fucking Barrels! Oh. So sehe ich mehr. Oh Gott, nee. Das geht nicht. Und dann sagt er doch irgendwie auf... Also übersetzt sagt er dann, Ja, ich wusste, dass die miteinander kooperieren. Dann geht er doch zu den Fässern hin und packt sie und wirft sie so weg. You fucking Barrels! Warum sehe ich jetzt besser? Weil der Bildschirm auch höher ist. Nein. Ja, der war doch eben schon so. Also ich sehe mal noch gleich. Ja, aber nach oben gestreckt. Dann ziehe ich echt besser. Schon mal verbehindert, wenn ich einen Film gucken will. Aber wenn die Filme voll dunkel sind, dann sehe ich wahrscheinlich was. Was wird? Habt ihr die Musik gerade gehört? Ja. Die war schrecklich. Die wird ja immer schlimmer. Und das ist ja mit Absicht. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Komm doch endlich. Blödes Arschloch. Komm doch rein. Mami. Oh Gott. Mami. Okay, war jetzt eine ziemlich zielstrebige Spielerin. Die dreht sich nochmal so um. Nein. Einen würde ich bei dem Spiel auch nicht machen wollen. Vielleicht kann er da mal hinkommen. Lauf, lauf, lauf! Vielleicht verarscht dich das Spiel auf dem Grund, der ist da gar nicht. Ja, ja. Ich will gar nicht mehr den Blick sehen. Oh Gott, mein Herz. Versuchst du eigentlich nur vor dem Weg zu laufen oder suchst du die Seiten? Nein, ich versuche gerade ehrlich gesagt nur vor dem Weg zu laufen. Vor dem Weg zu laufen. Ich habe es auch nicht. Aber jeder guckt ja nicht nach hinten. Nein, ich gucke nicht nach hinten. Ist das eigentlich wirklich ein Let's Play? Oder darf ich es selber unten anstellen? Fuck, wann kommt der? Ja. Du läufst doch immer vor dem Weg. Der will mit dir kuscheln, weißt du? Verweigerst ihm Liebe. Ich habe schon immer zum Kuscheln. Wir brauchen nicht mehr. Kein Wunder will der immer die Leute töten, wenn sie vor dem Weg rennen. Ist schon klar noch depressiver Ursaal. Leute, das ist nicht so witzig. Bleibt halt stehen. Nein. Man leuchtet auf dem Boden. Nein. Oder soll ich echt mal stehen bleiben? Nein. Warum? Hör auf, nein. Warum? Nein. Warum? Sonst spenden wir das. Warum darf ich nicht stehen bleiben? Das ist nicht der Sinn von dem Spiel. Ist mir egal. Und zweitens ist es dann groß lieber, wenn du stehen bleibst. Weil wenn er dann ewig nicht kommt... Boah, du bist wieder da. Du 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 du. Ich sehe sowieso nichts. Du du du. Du du du. Das ist schöner dieses Ablenken. Du 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 du. Ich sehe nichts. Darum das Eck steht da jetzt. Ich... Aber ich kann es nicht mehr. Bleib stehen. Straight above. Warte, bleib mal. Bleib mal nicht mehr stehen, dann dreh dich immer nur im Kreis. Nein! Ich dreh mich nicht im Kreis, mach du das. Aber ich mache es nicht. War das? Ja. Oh mein Gott. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich auch nicht. Ich habe schon weggeguckt. Jetzt habe ich es gesehen. Das war's. Das war's für heute. Ich hatte so...